Drei apokalyptische Reiter haben wir schon. Corona, Krieg, Erderwärmung und Klimawandel. Der vierte apokalyptische Reiter macht sich jetzt erst auf den Weg. Ende der Globalisierung, Ende der Industrialisierung, Ende der Zivilisation und der Welt, wie wir sie kennen. Und damit Ende des guten Lebens überhaupt. Zwei Bücher stehen zu diesem Thema auf der New York Times Bestsellerliste. Ein Buch von einem Berater und eines von einem Wissenschaftler. Beide zusammen geben ein gutes Bild der aktuellen Diskussion. In diesem Video werde ich zunächst die Argumente von jedem Buch darstellen. Danach kommt meine Einschätzung oder Kritik. Nicht alles, was gedruckt ist, ist ja auch richtig und in den Büchern finden sich durchaus einige Seltsamkeiten. Zum Abschluss mein Fazit und ein Hinweis auf eine dritte Position, also darauf, wo Sein und Smill gleichermaßen blind sind. In diesem Kapitel stelle ich die Argumentation von Peter Sein vor. Er ist Amerikaner, deswegen Peter Sein und nicht Peter Zeihan. Ob das stimmt und was ich davon halte, das verrate ich am Schluss dieses Videos. Bleiben Sie dran. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs garantiert die USA die globale Weltordnung. Insbesondere garantieren die USA den freien Welthandel. Andere Länder können das nicht, weil sie zu wenige Ressourcen, besonders eine zu schwache Marine haben. Order, mit großem O geschrieben, nennt Sein, diese Weltordnung, die freien Handel garantiert und zu dem geführt hat, was man Globalisierung nennt. Rohstoffe wie Öl und Kohle werden problemlos zwischen Ländern und Kontinenten gehandelt. Genauso werden zwischen Produkte und Fertigwaren frei gehandelt. Nun haben sich die Zeiten geändert und die USA garantieren nicht mehr die Order. Das wird den Welthandel verringern. Vor allem durch Piraten, die Handelsschiffe abfangen werden. Dieses Piraten-Argument ist zentral für das Buch. Wenn Piraten den Welthandel weitgehend verhindern, dann hat das zwei Folgen. Einige Länder können ihre Bedarfe nicht mehr decken. Das betrifft insbesondere kleinere Länder. Die USA, das betont Sein immer wieder, die USA sind ein riesiges Land mit unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen. Daher können sich die USA mit praktisch allen wichtigen Gütern selbst versorgen. Zweitens sinkt mit dem Welthandel auch die Spezialisierung. Spezialisierung ist mit Effizienzvorteilen verbunden. Weniger Spezialisierung heißt weniger Effizienz und damit weniger Wohlstand. Dieses Weltordnungs-Argument, konkret das Piraten-Argument, ist das zentrale Argument im Buch. Es gibt noch zwei weitere Argumente. Einige Länder haben seit Jahrzehnten eine geringe Geburtenrate. Jetzt fehlen dort Arbeitskräfte, es fehlen Konsumenten. Junge Menschen bezahlen für ihre Ausbildung, ein eigenes Haus, für die Familie. Ältere Menschen arbeiten weniger und konsumieren weniger. In Science-Worten. We were in this hanging moment demographisch. We knew that birth rates had been dropping for decades. That meant in a lot of the advanced world, we were rapidly running out of children, but we still had all kinds of adults that had not yet aged into retirement. We had this massive block of workers and consumers that were driving every part of the economy that we would ever want to be driven. It wasn't sustainable because there were no children. Das letzte Argument ist der Klimawandel. Dadurch wird es an einigen Orten sehr trocken sein, an anderen Orten wird es sehr nass sein. Und das kann die Landwirtschaft behindern. All dies führt zu sinkendem Wohlstand, besonders auch in Deutschland. Im Original sagt Sion über Deutschland. Die Germans rely on a large, robust, highly skilled workforce. Aber Deutschland hat eine der faste agingen Gesellschaften in der Welt. Until now that's worked for them Because if you have a lot of people in their late 40s to early 60s You know, decades of experience And none of them have kids Well, they can spend all their time working And the state can spend all of their efforts on educating them To make them the most highly value-added workers in the world But it's a bit of a starvation diet Because eventually people who are in their 40s to 60s Become in their 60s to 70s And that's where Germany almost is now Germany will hit mass retirement this decade And so the model was always in danger and demographic grounds Daraus folgen soziale Unruhen Oder internationale Unruhen und Krieg Niemand kann Unruhen und Krieg verhindern Wenn die USA die Order nicht mehr schützten Staatlich unterstützte Piraten werden feindliche Schiffe abfangen Und überhaupt Schiffe mit interessanter Ladung Und das stört den internationalen Handel Wodurch der Wohlstand weiter sinkt Daraus folgt, alles wird sich ändern Alles muss sich ändern, aber wie? Seien seht hier drei Wege Wieder im Original Every country basically has three paths to choose from Number one, you kind of glom on to a country Where this isn't a big deal So in the case of Mexico You obviously partner with the United States Second, you can find a way to go it alone Maybe you don't need the allies Maybe what you need is close And you can do kind of a neo-imperial system I can see the French doing this I can see the Turks doing this Option three is you just figure out how to go without And that means a starkly lower standard of living And probably significant changes not just to your economic system But your political system Optimismus ist nicht die Sache von Seien Konkrete Handlungsempfehlungen auch nicht Sein Buch bringt viel Wirtschaftsgeschichte mit der Argumentation Früher gab es Jahrtausende lang keinen Welthandel Das ist der Naturzustand Und dahin wird die Welt zurückfallen Wenn die USA den künstlichen Zustand der Order nicht mehr aufrechterhalten Und Piraten den Welthandel stören Der Klimawandel wird erst spät im Buch behandelt Dann aber gibt es ein eigenes Kapitel dazu 15 Seiten lang Der Klimawandel wird sich verstärken Öl und Kohle werden nicht mehr exportiert Denn Öltanker sind langsam und schwerfällig Und damit leichte Beute für Piraten Was können Länder ohne Ölquellen tun? Sie können Braunkohle fördern und verbrennen Oder sie können andere fossile Stoffe verbrennen Die vielleicht so verunreinigt sind Dass sie heute sicherlich nicht verbrannt werden So kann gerade durch weniger Welthandel Der Klimawandel beschleunigt werden Russland hat wenige Tage nach Redaktionsschluss des Buches Die Ukraine angegriffen Daher wird nur an einigen wenigen Stellen Dieser Krieg erwähnt Aber nicht wirklich in die Argumentation aufgenommen Soweit als Zusammenfassung der Argumentation von Peter Sein Schauen wir uns als nächstes an Wie Václav Smil dieses Thema behandelt Bevor wir zu einer Einschätzung kommen Der Auftakt von Václav Smil ist schon ganz anders Langfristige Vorhersagen über unsere Welt sind nicht möglich Weil hier zu viele Variablen mitspielen Sich diese Variablen immer wieder ändern Und weil diese Variablen komplex aufeinander einwirken In diesem Buch ist ein ganzes Kapitel mit Globalisierung überschrieben Andere Kapitel tragen auch zu unserem Thema bei So geht es im ersten Kapitel um Energie In einem weiteren Sinne So kann Wirtschaft gesehen werden als ein System Um Energie bereitzustellen, umzuwandeln und zu transferieren Das zweite Kapitel behandelt Ernährung Wer auch seien, sieht Smil die Verbesserung der Ernährung Als Basis für Zivilisation Zu Beginn der Menschheit wurde alle Zeit und Energie Der Menschen gebraucht, um Nahrung zu beschaffen Dann wurden Pflanzen angebaut und Tiere gehalten Damit wurde Zeit frei Und diese Zeit wurde genutzt, um Kultur zu entwickeln Heute ist die Verbesserung der Ernährung nur möglich Durch den massiven Einsatz von Energie Traktoren verbrauchen Energie Sie sind aus Stahl hergestellt Dessen Erzeugung verbraucht viel Energie Großer Energieeinsatz ist notwendig Für Dünger- und Schädlingsbekämpfung Und später für die Verarbeitung der Ernte Und damit sind wir wieder beim Thema des ersten Kapitels Erst Verbrennen von Kohle Beziehungsweise Erdöl, Erdgas Ermöglicht die Ausweitung der Ernährung Mehr verfügbare Zeit Und damit Kultur Das dritte Kapitel stellt vier für eine Zivilisation Unverzichtbare Materialien vor Ammonium für Dünger Stahl, Zement und Plastik Dazu werden überraschende Zahlen genannt Über die Hälfte der Welt Zementproduktion wird in China verbaut Smil liebt Zahlen Im Zweifel gibt er lieber eine zu viele an Die vier unverzichtbaren Materialien Haben eines gemeinsam Bei ihrer Herstellung wird viel Kohle, Öl oder Erdgas verbraucht Und viel CO2 produziert Das nächste Kapitel behandelt Globalisierung Das ist die erste Stelle, an der Globalisierung definiert wird Globalisierung ist der massenhafte Transport von Gütern, Menschen und Informationen Einschließlich Investitionen über Ländergrenzen hinweg Diskutieren wir nicht weiter, dass Finanzen einfach unter die Informationen gepackt werden Smil sieht heute eine sehr weitgehende Globalisierung Diese ist aber kein Naturgesetz Vielleicht wurde die Globalisierung zu weit getrieben Und sollte zurückgedrängt werden Und auch Smil sieht seit 1945 die USA als Zitat The world's dominant power Und doch ist der Zungenschlag ein anderer Für Sion sind die USA die einzig relevante Macht Für Smil sind sie nur die dominante Macht Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Gab es nie gesehenes wirtschaftliches Wachstum, Integration, soziale und kulturelle Interaktionen Nur wenig an dieser Integration hat sich Russland beteiligt und China So wie die Staaten, die unter ihrem Einfluss standen Was ist der Grund für diese schnelle und intensive Globalisierung? Smil zählt technische Gründe auf Bessere Dieselmotoren ermöglichen größere Schiffe Andere Entwicklungen führten zu größeren Flugzeugen Und der Container ermöglicht günstigen Transport von Stückgütern Im Laufe der Jahre beteiligten sich Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Japan Stärker am Welthandel Entsprechend reduzierte sich der Anteil der USA Der Ölpreisanstieg ab 1973 bremste die Globalisierung kräftig Aber nach ein paar Jahren von Anpassungen begann eine neue Runde der Globalisierung Im Laufe der Jahre auch mit China, Russland und Indien Technisch hilft hier die Entwicklung, die mit dem Morschen Gesetz vorhergesagt wird Also die immer weitere Verbesserung von Computertechnik, Halbleitern Von Rechenvermögen der Kapazität von Computern überhaupt Aber wirklich vorangetrieben haben die Globalisierung etwa zu Beginn des 21. Jahrhunderts Der Zerfall der UdSSR und vor allem die politische Entwicklung in China Also keine technischen Faktoren Weil für diesen Globalisierungsschub wirtschaftliche, also soziale Gründe verantwortlich sind Ist dieser Globalisierungsschub kein technisch, naturgesetzlich notwendiger So wie es Schiffs, Diesel, Flugzeuge und Container war Der Globalisierungsschub Anfang des 21. Jahrhunderts war nicht zwangsläufig Kann also rückgängig gemacht werden In welchem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit Globalisierung zurückgeht Das kann aber nicht vorhergesagt werden Viele Länder sind auf Importe angewiesen Diese Länder können sich mit Nahrung, Eisenerz und seltenen Erden nicht selbst versorgen Daher wird wohl einige Globalisierung bleiben Viel Produktion wandert von Europa, Nordamerika und Japan In andere asiatische Staaten, vor allem nach China Das kann als Deindustrialisierung bezeichnet werden Das Abwandern von Produktion führte zu einem Abbau von Arbeitsplätzen In den USA wurden seit dem Jahr 2000 7 Millionen Stellen in der Produktion abgebaut Im gleichen Zeitraum stieg die Sterblichkeit weißer, nicht studierter Männer in den USA stark an Todesursachen waren auch Suizide, Drogen, Überdosis und Alkoholbissbrauch Ein Zusammenhang mit dem Abbau von Arbeitsplätzen liegt nahe Die Verlagerung von Produktion und der Abbau von Arbeitsplätzen haben zu einem eher weniger globalisierungsfreundlichen Klima geführt Wahlergebnisse in Großbritannien und den USA zeigen dies Zustimmend zitiert Smir eine Studie, nach der sich seit etwa 2007 die Lieferketten verkürzt und die weltweite Güteraustausch verringert hat Die Studie verlinke ich in der Infobox Eher zum Schmunzeln ist, dass Kanada mit riesigen Waldbeständen und Holzindustrie nun Zahnstocher aus China einführt, die dort günstiger produziert werden Ernster ist die Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen bei persönlicher Schutzausrüstung zu Beginn der Corona-Pandemie oder die Frage, was Netzwerkkomponenten von Huawei wirklich tun Watzlaff-Syl möchte keine Prognosen abgeben doch sein Fazit ist, wir könnten die Spitze der Globalisierung gesehen haben und ihr Abflauen könnte nicht nur die nächsten Jahre, sondern die nächsten Jahrzehnte dauern Das folgende Kapitel hat den Titel Risiko verstehen Korrekter wäre vielleicht Verstehen, wie wir Menschen Risiken vermeiden wollen Muss ich die Beziehung zur Globalisierung betonen Ein Beispiel für unterschiedliche Einschätzung von Risiken ist die Haltung zu Atomenergie in Frankreich und in Deutschland was dazu führt, dass Deutschland Frankreichs Atomstrom nutzt, sich dabei aber nicht sehr sicher fühlt In diesem Kapitel findet sich ein Unterkapitel Ending Our Civilization das sich mit Meteoriteneinschlägen und Pandemien beschäftigt nicht aber mit Globalisierung oder Piraten Der sechste Kapitel behandelt die Umwelt im Sinne von Biosphäre Klimawandel ist ein Thema In einigen Gegenden wird es stärker regnen, in anderen weniger stark Beides kann zu Problemen führen Das siebte Kapitel will die Zukunft verstehen und beginnt mit der Verortung von Propheten ewiger Hölle und ewiger Erlösung Beide haben in der Vergangenheit regelmäßig geirrt Beide Arten von Prognosen helfen nicht weiter Nicht alles, was erfolgreiche Autoren schreiben, ist wahr Sein und Smill haben bereits mehrere Bücher veröffentlicht, die jeweils ziemlich erfolgreich waren Schauen wir uns zunächst das Buch von Peter Sein an Nein, sollten wir so glücklich sein, ist kein deutsches Sprichwort Die USA sind von der drohenden Katastrophe wenig betroffen auch weil sie noch große Flächen haben, die nicht besiedelt sind Im Gegensatz dazu wird Deutschland stark betroffen sein auch weil es so dicht besiedelt ist Ich habe dieses Buch während eines Urlaubs im Spessart gelesen Dort wohnen 95 Menschen pro Quadratkilometer Da ist schon noch etwas Platz In den USA gab es die Immobilienblase In Deutschland nicht Das liegt daran, dass man in Deutschland erst einige Zeit regelmäßig Zahlungen leisten muss bevor man einen Hypothekenkredit bekommt Da hat Sein wohl etwas von Bausparverträgen gehört und glaubt, Bausparverträge seien in Deutschland der einzige Weg um einen Immobilienkredit zu bekommen In den Details liegt das Buch also in vielen Fällen falsch Ich vermute, das ist auch der Grund dafür dass das Buch nicht auf Deutsch erhältlich ist Das Buch müsste nicht nur übersetzt, sondern regelrecht überarbeitet werden Zu diesen Fehlern im Detail passt, dass Sein seine Quellen nicht nachweist Woher er seine Informationen hat Das bleibt unbekannt Trotzdem könnte ja die große Linie korrekt sein Seins Hauptargument ist Die USA garantieren nicht mehr die Order Das wird den Welthandel verhindern vor allem durch Piraten, die Handelsschiffe abfangen werden Hm, nein Nach Rückzug der USA aus der Weltpolitik sieht das nicht aus Sein schreibt nicht, wann oder wie die USA beschlossen haben The Order nicht mehr zu unterstützen Er hat fünf Jahre an dem Buch geschrieben Hat es also mit der Präsidentschaft von Donald Trump begonnen Vielleicht hat er einfach den Zeitgeist aufgenommen Werden Piraten kommen? Ich habe keine Glaskugel, aber Google and Gramm zeigt Wie häufig Begriffe in den Büchern erwähnt werden Die Google Books eingescannt hat Pirates hatten ihre große Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts Noch etwas in den 1960er Jahren Aber aktuell scheinen Piraten nicht das ganz große Thema zu sein Ich spreche dies im Oktober 2022 Seit Juli ist das Buch in der New York Times Bestsellerliste Das Buch wurde an einigen Stellen durchaus wohlwollend besprochen Und auch Smill sieht ja ein eher weniger globalisierungsfreundliches Meinungsklima an Selbst in Deutschland hört man kritische Stimmen Obwohl die deutsche Wirtschaft stark von der Globalisierung profitiert Vielleicht sollte man dieses Buch weniger mit Blick auf die Informationen lesen Und eher als Ausdruck eines Gefühls Dass Globalisierung nicht gut sei, zurückgehen soll und zurückgehen wird Soweit meine Einschätzung zum Ende der Welt von Peter Sajan Für wie die Welt wirklich funktioniert, ist die Kritik einfach Watzlaff Smill ist Wissenschaftler Er nennt seine Quellen Einige habe ich nachgesehen Die Informationen werden verlässlich übernommen Die Schlussfolgerungen sind logisch Wo Smill über die Fakten hinausgeht Da werden seine Formulierungen sehr vorsichtig Vielleicht könnte Globalisierung zurückgehen Aber wann und in welchem Umfang Das kann man jetzt noch nicht vorhersagen Smill ist Naturwissenschaftler Und er beschränkt sein Buch auf Natur- oder ingenieurswissenschaftliche Sachverhalte Das ist ehrenwert, aber auch schade Den demografischen Wandel beispielsweise ignoriert Smill weitgehend Natürlich, das Problem ist ja nicht Dass Menschen älter werden Sondern dass sich ältere Menschen anders verhalten als jüngere Menschen Und das ist nicht naturgesetzlich festgelegt Das kann sich relativ schnell ändern Aber es hat dennoch Einfluss darauf, wie die Welt funktioniert Für How the World Really Works gibt es eine klare Leseempfehlung Das Buch ist faktenreich, gut geschrieben und Soweit ich das beurteilen kann, korrekt Eine deutsche Übersetzung gibt es aktuell noch nicht Aber das Englisch ist gut verständlich Für das Ende der Welt gibt es keine Leseempfehlung Es gibt zwar einen Einblick in die Gefühlswelt globalisierungsfeindlicher US-Amerikaner Aber dafür muss man nicht 512 Seiten lesen Sein betreibt einen eigenen YouTube-Kanal Im Grunde genügt ein Video, um die Stimmung aufzufangen Zur Zukunft der Welt äußern sich drei Stimmen Es gibt die nüchternen Wissenschaftler, die beschreiben, was wir wissen und aufzeigen, was wir nicht wissen Vatsav Smil gehört zu dieser Gruppe Es gibt Unheilspropheten, die dramatisch das Ende der Welt vorhersagen Peter Sein ist ein Beispiel Es gibt aber auch Heilspropheten, die beschreiben, wie neue Technik die Welt retten und uns zu einem viel besseren Leben führen wird Intelligent und fundiert in diese Richtung argumentiert Kai-Fu Lee Für ihn ist es die künstliche Intelligenz, die uns in eine bessere Zukunft führen wird Zu seinem aktuellen Buch habe ich ein eigenes Video gedreht Das die Besprechung der Bücher von Peter Sein und Vatsav Smil gut ergänzt Dieses Video verlinke ich hier und freue mich, Sie dort wiederzusehen Bis dahin!